Vom Rhein in die Welt. Reisen durch Raum und Zeit. Wir laden euch ein zu einer Reise rund um den Erdball und sogar in fiktive Regionen. Vom Mittelmeer bis nach Asien, von Indien bis Australien, über Nord- und Südamerika bis nach Afrika führen die Bilder aus den Beständen der Badischen Landesbibliothek. Auf den Spuren von Jules Vance englischem Titel hält, dem Gentleman Phileas Fogg und anderen Reisenden, führt die Fahrt nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Mit Bildern aus aller Welt, vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Sie finden sich in Reiseberichten, alten Bildbänden oder historischen Landkarten, aber auch in Romanen und anderer Unterhaltungsliteratur. Insgesamt 99 ganz unterschiedliche Bilder, natürlich mit ihren Metadaten, stellen wir euch für Coding Da Vinci zur Verfügung. Wir sind gespannt, wohin euch die Fantasie trägt. Vielen Dank.